Ja, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 9.8.2023, überschrieben mit ein weiterer Satire-Bums. Ja, ist natürlich nicht lustig, aber Elend ist doch trotzdem besser zu ertragen, wenn man es dann vielleicht ein bisschen in Humor verpackt. Aber es ist dann letzten Endes auch nur ein Henkers-Humor. Ja, das nächste Video wird dann wieder tatsächlich, ich habe da auch wieder schon einiges gefunden, diesmal dann nicht in den Satire, driftet nicht in die Satire ab. Und das könnt ihr jetzt wieder gerne schauen bei VK, Bitchute, Odyssey oder Rampel. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.